Am 20.08.2024 um 8.47 Uhr wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Gebäudebrand in die Grau-Rheindover-Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu einem kleinen Brand im Keller gekommen war. Im Einsatz waren der B-Dienst, die Löcheinheiten 1, 11, das Hilfeleistungslöchfahrzeug 2, der Rettungswagen 1, 5 und zwei Funkstreifenkraftwagen. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt. Und euch auch weitere Videos von mir anschaut.